Wenn ich über das so Probleme habe, müssen wir schauen. Das wäre natürlich sehr bitter, wenn er auch ausfällt, weil Mati Anastasic auch gesperrt ist. Aber das werden wir sehen. Es sind noch zwei Tage und da werden wir alles probieren. Sie haben Borussia Dortmund zu Hause geschlagen, das sagt dann schon viel aus. Dass sie natürlich Letzter sind, wissen wir auch, aber dass sie besser waren oder in vielen Spielen besser waren, wie es ihr Tabellenstand aussagt. Das steht auch außer Frage. Da gilt es, ein gutes Auswärtsspiel hinzubekommen. Besser wie in Bremen zum Beispiel und besser wie gestern. Da sind wir gefordert. Es kann nicht sein, dass wir ständig ein Auf und Ab erleben, sondern wir müssen an die Leistung zu Hause gegen Wolfsburg anknüpfen, auch auswärts und die wichtigen drei Punkte in Darmstadt holen. Ein Kampfspiel, wo wir nicht über Technik glänzen werden, sondern wo wir uns alles hart erarbeiten müssen, wie in allen Bundesligaspielen auch, und wo wir die entscheidenden Dinge richtig machen müssen, in der Offensive effektiv sein müssen und es mehr wollen oder mehr wollen müssen wie der Gegner. alle bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.